Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben im Film gesehen, wie reichhaltig die letzte Jahrhörige Obsternte ausgefallen ist. Rund 123'000 Tonnen Nöpfel sind letztes Jahr abgelesen worden. Dank modernster Lagermethoden können wir den reichhaltigen Obstsägen den ganzen Winter geniessen. Saftig und frisch wie direkt vom Baum. Coop bietet eine ganze Palette an von gesunden und lustigen Äpfelsorten, wie zum Beispiel den Glockenöpfel mit seinem dezentharmonischen Aroma, den Eidaret mit einem sehr saftigen Fruchtfleisch oder der kräftig-säuerliche Boscoop. Viele von den Äpfeln, die Sie jetzt bei Coop kaufen können, so fremdländisch klingende nehmen. Trotzdem sind alles einheimische Sorten, die in den verschiedensten Obstbaugebieten erprobt und angebaut werden. Äpfel sind aber auch rundum gesund und gehören zum Vollkommensten, was uns die Natur zu bieten hat. Neben wertvollem Fruchtzucker und Fruchtsäuren, lebenswichtigen Vitaminen, Mineralen und Ballaststoffen sind weitere vielfältige Bestandteile im Äpfel enthalten. Man sagt ja nicht vergeben. Jeden Tag ein Äpfel, jeden Tag in Form. Und ich darf Sie jetzt begrüssen zum Coop-Rezept von dieser Woche. Es gibt ein Käse-Schinken-Gericht. Wir schneiden je eine Tranche Gruyere und eine Tranche Schinken in Würfel. Wir hacken eine Delikatessegurke und Peterli. Vier Eigele im Ankenschau migrieren. Milch, Mehl mit Backpulver und Salz dazugeben. Und zum Schluss das Eiweiss, zu Schnee geschlagen, mit allen Zutaten gut vermischen. In eine Springform leeren, wo wir den Boden mit einem Pergamentpapier ausgelegt haben. Im vorgeheizten Ofen ungefähr 45 Minuten backen. Und dann das Käse-Schinken-Gericht heiss servieren. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Eine gute. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehalten. Achtet Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. In den Coop-Warenhäusern gibt es jetzt modische Damenpullover in verschiedenen Farben und Muster für nur 49 Franken. Bis am nächsten Zistig gibt es bei Coop Midi-Konfitüre im 450 Gramm Glas, Aprikose statt 2 Franken nur 1,60 Franken, Brombeere statt 2,40 Franken nur 2 Franken und Erdbeerabarber statt 1,90 Franken nur 1,50 Franken. Wattländer Saucisson per Kilo 11,50 Franken, Bruni Importeier 10 Stück statt 2 Franken nur 1,60 Franken, 2 Flaschen Fox-Citron Abwäschmittel statt 4,20 Franken nur 3,50 Franken, Schweizer SEG Suppenhühner per Kilo nur 2,95 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag geht Mineralwasser statt 50 nur 40 Rappen. Clementina aus Spanien, das Netz 1 Kilo nur 1,90 Franken. Auf Wiedersehen.